bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalat, wassalam, rasulillah, wa alihi, wa sahbihi ajma'in Dies ist das Thema Gräberverehrer und der Hilferuf von Hajar Wir sagen, dass es nicht erlaubt ist, eine Dua jemand anderem zu widmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala Allah sagt im Koran, Suche 72 Vers 20 Sprich, ich mache Dua nur zu meinem Herrn und ich geselle ihm niemanden bei Und Ibn Taymiyya, Rahmallah, erwähnt in seinem Buch Majmur Fatawa die folgende Unterteilung Er sagt dort, Al-At-Eyya, Al-Bit-Eyya, Al-Amarati, Bil-Thalaf Die Bidda-An-Rufu in drei Stufen Dann sagt er, An-Yed-U-Gayra-Allahi, wa hu-Maitun, wa-Gaibun, sawan-Kana, sawan-Kana, min-Ambiyya, wa-Sali'in, fa-Yakul Ya Sayyidi-Fulan-A-Rithni, wa-Nah-Wa-Thalik, fa-Hada-Hu-A-S-Shurku-Billah Also erstens, Al-Ula, dass jemand sagt, zu einem Toten oder Abwesen von den Propheten oder Rechtschaffen oder anderen O du Herr, so und so, rette mich, oder ähnliches Dann sagt er dazu, Fa-Hada-Hu-S-Shurku-Billah Dies ist der Schirk gegenüber Allah, subhanahu wa ta'ala Das heißt, ein Toten, ein Abwesen, etwas Bitten, was einem nur Allah, subhanahu wa ta'ala, geben kann, ist der große Schirk Dann sagt er, Athania Ayyukalu, lil-Maiti, ul-Gaibu, min-Ambiyya, wa-Sali'in, wa-Gayrihim Ud-U-Laha-Li, u-Ud-U-Laha-Lana, wa-I-S-A-Lana-Rabbak Fa-Hada-A-Yed, la-Yastari-Bu-A-Li-Wun, an-Nah-U-Mil-Bidda, la-Tal-Hem-Yaf-Alha-Min-Salafil-Uma Das Zweite, dass man, dass zu einem Toten oder Abwesen von den Propheten oder Rechtschaffen gesagt wird Mach Dua zu Allah für uns oder für mich Und bitte, frage deinen Herrn für uns Und dies ist auch nicht fremd für jemanden, der Wissen hat Dass es zu der Bidda gehört, die die Salaf, diese Ummah, Sahaba, etc. nicht gemacht haben Jetzt gibt es einige Leute, die hier, die dritte Kategorie lasse ich jetzt aus, weil es hier um jetzt gerade nicht geht Jetzt gibt es einige Leute, die ein Scheinargument bringen Und sagen, im Bukhari, Hadith Nummer 3365, da wird die Geschichte von Hajar erzählt Hajar wurde von Ismail in Mekka zurückgelassen, äh, von Ibrahim a.s.m. in Mekka zurückgelassen Mit dem kleinen Sohn Ismail a.s.m. Und das Wasser ging aus Sie hatte nur einen kleinen Behälter Wasser Und kleinen Behälter Dattel Und das Wasser ging aus, die Nahrung ging aus Und da lief sie sich in Safa und Marwa siebenmal hin und her Und hat Ausschau gehalten Dann, als sie einen Ton gehört hat Das heißt, sie hat gehört, dass da jemand ist Dann hat sie gesagt Rette, wenn bei dir Gutes ist Arif in Kehne Ainde Kalkher Und dann sagen sie, siehst du Seht ihr, was diese Leute erzählen Das ist totaler Quatsch, was die sogenannten Salafisten erzählen Dass man das nicht machen darf Weil sie hat ja bei jemandem Um Hilfe gebeten Erstmal, was haben wir gesagt Ein Toten Oder Abwesenden Wann hat Hajar gefragt Rette, helf Wenn bei dir Gutes ist Als sie den Ton gehört hat Nicht vorher Das heißt, da war jemand anwesend Von daher Diese Geschichte ist authentisch Aber diese Geschichte ist kein Beweis dafür Dass man bei einem Abwesenden Dass man einen Abwesenden um Hilfe bitten darf Denn der war nicht Abwesend Mit Abwesen meint man natürlich nicht Dass man heutzutage beispielsweise jemanden anrufen kann Mit dem Telefon etc Dann die zweite Frage ist Die man diese Leute fragen muss Warum hat sie nicht Ibrahim gerufen Warum lief sie erst siebenmal hin und her Warum hat sie das erst gemacht Als sie den Ton gehört hat Weil sie jetzt wusste, jemand das hat Das heißt, der Hadith ist ein Beweis gegen einen Denn Hajar Ist mit Ibrahim a.s.w. zusammen Ist ein Kind mit ihm Mit einem der größten Propheten der Welt Und mit Sicherheit hat er Jethrohid beigebracht Das heißt, warum läuft sie siebenmal hin und her Wenn sie glaubt Dass Ibrahim ihr beispielsweise helfen kann Obwohl Ibrahim schon weg ist Warum hat sie sich nicht hingestellt Und hat gesagt Oh Ibrahim Lass es regnen Oh Ibrahim Mache dass ich Wasser bekomme Oh Ibrahim Bitte dein Herr Für uns Dass jemand vorbeikommt Und uns Wasser bringt Das heißt, der Hadith ist ein Beweis Gegen diese These Dann die nächste Sache ist Andere Frage Warum rief sie nicht Nuh a.s.w. Weil Nuh ist der Urvater Warum kam sie nicht auf die Idee Irgendeinen Propheten anzurufen Sag Oh Nuh helfe uns Oh du Sohn so helfe uns Nein, sie lief hin und her Und als sie den Ton hörte Das heißt, als sie wusste Da ist jemand Sagte sie Hilf, wenn wer dir gut ist Hadith Nummer 3365 Also rief sie jemandem Hilfe Der was ist? Der lebendig ist Weil ansonsten könnte er keinen Ton verursachen Wer tot ist Verursacht keinen Ton Ja Und der anwesend ist Denn wenn der nicht anwesend gewesen wäre Dann hätten sie ihn nicht hören können Von daher ist dieser Hadith Hadith Nummer 3365 Ein Beweis gegen diese These Wäre es erlaubt gewesen Wäre es erlaubt gewesen Einfach ein Abwesen von den Propheten Um Hilfe zu fragen Kategorie Nummer 1 Die Nuh temen nennt Zu sagen Oh Ibrahim, rette mich Mache, dass es regnet Fahadu wa shirku billah Dies ist der Shirk gegenüber Allah Oder Oh Ibrahim Mache Dua zu Allah Für mich Warum soll es Hajar dann Die wahrscheinlich besseres Verständnis Vom Tauhid hat Als Als eine Frau Von einem Propheten Von einem der größten Propheten Warum ist Hajar dann in der glühenden Hitze Zwischen Safa und Marwa hin und her gerannt Warum die ganzen Anstrengung Warum nicht Oh Nuh Oh Ibrahim Oh dieses und jetzt Das heißt Dieser Hadith ist ein Beweis gegen einen Und deswegen sagen wir Wir haben etwas besseres Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran In Suche 2 Vers 186 186 Das heißt Kala Rabbukum und Ooni Asta Jibleikum Euer Herr hat gesagt Mache Dua zu mir Ich werde euch Ausharjohun JzlichB Shall steam Hashem Utan Das ist Tah Advanced Taal Kau 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 Vielen Dank.